Wir sind jetzt der Bio-Gear-Presigner-Raketen und los geht es hier mit der blauen Kappe. Ja, war es mal ganz schick. Kann ich weiter mit der Leela nennen. Den Scharfschild. Die Steigen gleich etwas zu hoch. Dann haben wir ja die mit der gelben Kappe. So, dann hier mit der grünen Kappe. Auch schönes Bokeh. Dann nehmen wir die schwarze Kappe. Schöne Ausbreitung. Und als letztes die mit der roten Kappe. Also im Großen und Ganzen schöne Raketen.